ich habe nichts vor so ich habe jetzt überall glas eingesetzt haben wir noch irgendwo türen im inventar türen im inventory nicht da dich wüsst oh mann ich brauche noch so viele steine generell brauchen wir ja ich habe dir alle gegeben die ich ja ich weiß ich weiß generell brauchen wir noch so viele steine aber gut ach so ja klar ich will fliegen und bin noch nicht in der flershaus vor ich habe jetzt überall klarscheiben das ist gut ich bräuchte trotzdem leben lehm 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 weißt du warum nein damit ich war es ja ja damit sie blumtöpfe machen kann weil das haus ganz nicht perfekt ist ohne blumen ist es nicht perfekt habt ihr gehört frau hat gesprochen ja so mal jetzt noch mal hier zwei truhen ja passt zwei truhen übrigens die truhen sehen wieder bei mir normal aus kann ich die nämlich jetzt mal als anhaltspunkt nehmen dann kommen nämlich hier die was ach ich habe mich verbaut das ist das übliche ach so ja nix wobei ich müsste es anders machen ich habe mich auch verbaut baby macht ihr nichts raus das ist normal micro fall mittlerweile habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt das ist sehr gut so soll es sein das ist noch besser so muss es sein habe ich jetzt noch welche ja ich probiere das einfach was probierst du denn ich glaube mittlerweile hat sich die aufnahmesession auch wieder ein wenig gefangen ja ich merks wir sind aber gleich schon die zwei stunden drauf baby ja naja dann ist man halt ne ich wollte nur kurz erwähnt haben weil du ja heute nur zwei stunden machen wolltest also wir haben es gleich erreicht das limit oder die grenze der zwei stunden die magische grenze wir haben die grenze überschritte weiß nicht ob ich das dach hier vorziehen soll vorziehen sieht es jetzt so doof aus mit dem balkon hier so einfach so raus wenn ich jetzt das dach vorziehen und so ein bisschen aber keine ahnung ich weiß es nicht ich weiß es nicht du meinst nur mit vorziehen na ein dach vorgezogenes dach ach so ich dachte jetzt du musst das dach noch mal umbauen weil du irgendwie den baufehler hättest oder so dann geht es ja noch ja das musst du jetzt natürlich entscheiden diese entscheidung kann ich dir natürlich nicht abnehmen aber ich würde es machen ich weiß ja wie es aussieht mit und wie es aussieht ohne aber das sieht glaube ich auch nicht aus wie soll das aussehen dann habe ich einfach ein vorgezogenes dach ne es ist blöd sie sagt es ist blöd ja weil es so ist ok da 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 muss nochmal weg und äh ne der muss bleiben oder der kann bleiben ah da fehlt noch einer da fehlt noch einer guten tag mega stern gucke ich finde es lustig ich finde die cool da muss ich hier nochmal einen erhöhen so wie machte man jetzt nochmal zäune ich weiß das frage ich jetzt 1000 mal aber das ist hier anders wie in einem anderen spiel äh wie in dem anderen minecraft ja das ne hier ist es der standard minecraft halt wie wie es früher im standard minecraft war die haben es einfach nur geändert ja sagst du mir bitte trotzdem nochmal wie es geht ja sag ich dir und zwar Stöcker sechs stück so wie bei glasfenster wenn ich mich jetzt nicht täusche wenn ich mich jetzt nicht täusche ja ja genau genau das ist standard minecraft wie man die zäune macht das andere was du das ist halt das überarbeitete Version 1.8 das ist natürlich klar standard minecraft aber so haben wir die zäune vorher über ein weiß ich nicht drei jahre vier jahre gemacht und dann haben sie es einfach geändert ohne uns vorher bescheid zu geben ohne uns vorher bescheid zu geben oh god das ist schrecklich baby schrecklich so vier seiten und acht baumstämme glaube ich brauche ich ja nochmal vier shit 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 ich muss einen baum fällen äh nehmen wir den der ist hier näher dran keine lust jetzt soweit zu reisen direkt vor deinem Haus den okay weg damit und ein paar kiwis noch mitgenommen und ein paar kiwi-säpplinge gepflanzt hier nochmal vor deinem Haus zack da ein hin da ein hin einfach mal so just for fun da nochmal weil wir es können und hier nochmal und jetzt bauen wir hier weiter so ja ach ich also die Empfindigkeit von meiner Maus ist so blöd eingestellt echt ja ne gibt's schon ja oh ja ich hatte ich hatte letztens eine Aufnahme ist ja schon gemacht das weißt du ja welches Spiel das war ähm boah die Maus musste ich zweimal einstellen und ich wusste die Steuerung von dem Spiel absolut gar nicht mehr weil ich das schon seit anderthalb Monaten glaube ich das letzte mal aufgenommen habe ja kommt hin glaube ich anderthalb Monate ja so ungefähr müsste es gewesen sein um den Dreh und da dachte ich mir dann auch so boah Leute scheiße wie ging das denn ach so ja da und da komm mal hier rum ich komm ja Moment lassen sie mich bitte einmal hier an beiden Seiten das mal ausprobieren ob das gut aussieht da noch einen drüber hängen lassen und da noch mal einen drüber hängen lassen kann man das so anbieten ja das sieht so aus als würde das Dach da gestützt werden das ist schon ganz komut dann achso der muss dann noch weg okay ich bin jetzt sofort bei dir ja 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 warte ich vergesse dich nicht keine Panik aber das Lagerhaus muss ja auch langsam mal ein Dach bekommen ähm nein ich hab keine Treppen mehr ich komm rüber schade ich wollte jetzt hier so eine Stütze rein setzen boah geil aber das geht ja gar nicht aber das geht ja gar nicht weil das heißt halbe Dinger sind verdammt mit den mit den mit den mit den Glasscheiben sieht es echt geil aus Baby mhm na ich hab jetzt hier so einen Balkon gemacht und ich hab jetzt Problem ach da ja mhm weil ich jetzt hier unten keine keine Säulen ran setzen kann die schwimmen in der Luft quasi setz mal bitte einen dran mhm wieso? wie du es haben wollst ähm ok hast du noch einen Slap? achso du willst dann einfach nur noch einen an die Stelle machen ah ok ja einen hier zwischen dann sieht es ja ok das kann ich probieren warum geht jetzt jeder nicht nochmal entfernt aber ich geh ne Zäune mehr ab boah wie mies lalalalalala ja ich war's nicht wie schnell weg das warst du nicht das stimmt so ich bring dir mal ein paar Zäune oder hast du noch? du meinst das soll ich so lassen? wie viel brauchst du noch? mit dem Balkon mehr ein paar ich hab jetzt mal vier ich hab jetzt mal vier ich bin unterwegs mhm ich bin unterwegs ich find der Balkon cool alleine schon aus dem einfachen Grunde weil du einen geilen Ausblick da drauf hast ja das war ja mein Interessantender eins drei verdammt ich hab auch zu wenig Zäune dabei mhm zwei noch lalalalalalalalalala du kommst du kommst mal du kommst du kommst also du kommst ich bin unter dem du kommst du kommst Welt noch kaputt machen. Was? Nein. Äh, nö. Nö. Finde ich nicht. Warum ist denn bitte schön hier über das Fenster eine andere Holzfarbe? Das sieht nur so, das sieht glaube ich nur so aus. Oder hast du hier ein anderes Holz verwendet? Oder wenn, dann nicht mit Absicht. Keine Ahnung. Ne, das ist dasselbe Holz. Das sieht nur so aus, glaube ich. Warte mal. Ich weiß, ich weiß. Ja, ja, ja. Hast du das jetzt eingesammelt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das sieht nur so aus. Das ist dasselbe Holz. Oben die Tür fehlt noch. Ja, vielleicht steht wo fehlt noch eine Tür. Die hast du auch eingesammelt. Hä? Eine Tür? Du hast eine Tür? Was, du hast eine Tür rausgerissen? Am Balkon. Ja, weil ich den, weil ich den Boden rausgerissen habe. Damit ist die Tür auch gleichzeitig abgefallen. Nein. Doch. Was ist das? So, ich glaube, die Tür müssen wir mal ölen. Mhm. Das kennen wir doch schon. Ja, bitte. Lassen Sie es. Die andere machen wir nochmal hier. Ah, muss auch nochmal. Und. Ah, fertig. Mark. Was denn? Ja, ist gut jetzt. Ich sehe dich. Mäh. Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch schön. Ich liebe dich. Hm. Wie? Ja. Die guckt mich ja gar nicht an. Nö. Sie liebt mich nicht mehr. Doch, Baby, ich liebe dich. Ist doch gut. Was? Ähm. Ich sehe wieder mal nichts. Die Wolke ist mitten im Haus. Ich weiß nicht, also Leute, wenn, 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 wenn man sich das irgendwie ausstellen kann, bitte meldet euch einmal und sagt mir bitte Bescheid. Ja, bitte sagt einmal Bescheid, wie man das ausstellen kann, wenn man es ausstellen kann, weil das nervt ja nicht. Die Wolken nerven. Oder wir müssen den Berg nehmen und rüber versetzen. Was? Nee, 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 nee. Das lassen wir mal. Wir sollten Bikini Bottom nehmen und woanders hinsetzen. Was? Ja. Welcher Folge war denn das? Ach, das ist so, so ewig her. Keine Ahnung, was das genau war. Das hat aber irgendwas, äh, glaube ich, mit Müllverschmutzung oder so zu tun. Ich weiß es nicht. Ich leide auch nicht mehr. Zack. So, Baby. Ich fange gerade das Dach des Lagerhauses an. Okay. Ja, ne? Könnten Sie mir mal einen kleinen Tipp mehr oder weniger geben, ob das so schön aussieht, mit den Balken, wo die, wo die, äh, ja, Dächer aufliegen? Ja, warte. Oh, ja, oh, das geht doch ganz schnell bei dir. Oh, ich sehe wieder mal nichts in der Wolke. So, welche meinst du denn jetzt hier? Na, hier unten, guck mal, hier sind ja die Balken, die ich da so ein bisschen überstehen habe lassen. Ja. Und ob das so gut aussieht in dem Dach, dass das so aufliegt auf den Balken? Hier vorne meinst du? Ob das logisch erklingt. Oh, da unten ist ein Creeper. Puh. Hauptsache, der verfolgt dich. Kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen. Ist auf jeden Fall ein anderes Design halt, also. Naja, okay. Hier muss ich nochmal sowieso korrigieren. Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal weiterbauen, dann schauen wir mal. Weil hier hast du ja ein Loch, ne? Also das Dach hast du ja im Prinzip so rüberschrauben lassen. Wo habe ich ihn noch? Naja, im Prinzip, ähm, da wo die zwei Balken da sozusagen, hier, klar. Ja, richtig. Da ist ja ein Loch. Das hängt ja quasi dann in der Luft. Das liegt ja dann hier auf dem Balken auf. Und auf dem gerade Balken hier. Und dann verteilt sich ja die ganze Last nochmal über den Längsbalken. Mhm. So rein theoretisch. Ja gut, mach erst mal zu Ende. Also ich könnte jetzt mal hier so ein Dings einblenden, so mit Kraftwirkung. So, und die Kraft wirkt da, und die da, und die so. So, so mit Pfeilen, ne? Wie in Physik, so, waaah. Möchtest du das Gast? Ey, weißt du was? Ich glaube, das mache ich auch immer. Nein. Warte. Ich bin doch schon lange raus aus der Schule. Aua! Ja, siehst du? Niemand will das. Mäh. Na. Ah nein. Wie, du sagt einen? In der Schule. Nein, ich will ja nie. Wie, du sagt einen? Ja. Ja